Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen. Der Huna Bexen ist hier und falls ihr euch fragt, was im Hintergrund so komische Geräusche macht, das ist ein Ventilator. Es ist nämlich warm hier drin. Ich mache ein Video. Dieses Video ist aber ganz anders als das, was ihr bisher mitbekommen habt, denn es ist eine Art Testvideo. In letzter Zeit haben mich nämlich mehrere Leute angeschrieben, die mir sagten, ey hör mal, deine Videos sind bei uns überhaupt nicht in der Abo-Box aufgetaucht. Ich kann natürlich nicht nachvollziehen, ob das stimmt, aber sowas nehme ich sehr ernst, denn ich mache die Videos ja nicht für mich, sondern ich mache die für euch. Und da wäre es natürlich blöde, wenn die nicht in der Abo-Box auftauchen, zumal ich weiß, dass viele Leute sich zum Beispiel auf das Airbus-Coaching freuen. Da gab es innerhalb der letzten zwei Wochen drei Teile zu. Ich muss dazu sagen, es kann auch sein, dass euch das alles überhaupt nicht interessiert, aber die Aufrufzahlen davon sind ultra, also wirklich ultra gering. Das kann natürlich daran liegen, dass ihr die Videos einfach nicht gucken wollt. Ich möchte hier natürlich nicht den Teufel an die Wand meinen und sagen, die Leute gucken meine Videos nicht mehr oder irgendwie sowas. Es kann natürlich sein, dass es ein berechtigtes Interesse von euch daran gibt, diese Videos nicht mehr zu schauen. Das ist dann auch komplett legitim. Mich wundert es halt aber nur, weil es komplett anders ist als sonst eben. Ich erkläre jetzt auch gleich nochmal, warum genau die Aufrufzahlen so extrem niedrig sind, weiß ich nicht, aber sie sind im Vergleich zu sonst extrem niedrig. Normalerweise ist es so, dass das Airbus-Coaching innerhalb des ersten Tages um die 500 bis 600 Aufrufe hatte. In diesem Fall war es so, dass innerhalb des ersten Tages mit Glück 100 Aufrufe zusammengekommen sind. Und das ist also eine Sache, die mich sehr gewundert hat. Es würde aber dazu passen, dass mich eben Leute angeschrieben haben und gesagt haben, dass meine Videos nicht mehr in ihrer Abo-Box auftauchen, obwohl sie mich abonniert haben. Das würde nämlich dazu führen, dass diese Leute nicht sehen, dass ich ein Video hochgeladen habe. Und das wiederum würde dazu führen, dass, weil sie es nicht sehen, es eben nicht gucken können. Das würde die Aufrufzahlen erklären. Das ist also irgendwas, was so zusammenhängt. Das mit den Aufrufzahlen, das erwähne ich jetzt nicht, um zu sagen, Leute, guckt mehr meine Videos, ist absoluter Quatsch. Wenn ihr die nicht gucken wollt, dann guckt die auch nicht. Aber es würde halt passen, denn wenn ganz viele Leute die Videos nicht in ihrer Abo-Box haben, dann gucken sie die halt auch nicht. Zumindest nicht direkt, weil sie es einfach nicht mitkriegen, dass ich ein Video hochgeladen habe. Und genau das spiegelt sich dann eben auch in den Aufrufzahlen wieder, denn die Aufrufzahlen sind dann eben geringer als sonst. Und das ist eben das, was ich derzeit beobachte. Es würde also tatsächlich zusammenpassen, wenn die Leute mir sagen, die Videos sind nicht in der Abo-Box. Und deswegen werden sie dann eben nicht geguckt. Kann natürlich auch sein, dass ihr, wie gesagt, ein berechtigtes Interesse daran habt, sie nicht zu gucken. Wie gesagt, wäre völlig legitim. Mich interessiert es halt einfach nur, woran das denn liegt. Weil wenn es tatsächlich daran liegt, dass irgendwelche Fehler in den Videos sind oder ihr irgendwas nicht mögt, wie auch immer, würde es mich natürlich brennend interessieren, was das denn ist, damit ich es abstellen kann. Weil das bringt euch ja nichts, wenn in den Videos irgendwas passiert und ihr denkt, oh, was ist das denn für eine Scheiße. Und dann guckt ihr die nicht mehr. Ohne mir aber zu sagen, warum, weil das ist halt für euch und für mich gleichermaßen kacke. Die Sache ist nur, dass es mir halt aufgefallen ist, dass irgendwie die Aufrufzahlen extrem in den Keller gegangen sind in letzter Zeit. Also die letzten zwei, drei Wochen circa. Nicht bei den Livestreams, sondern bei den Sachen, die in der Abo-Box landen. Und deswegen mache ich das jetzt hier auch als Video und nicht als diese Community-Funktion. Ich mache das hier als Video, weil ich euch ein paar Sachen fragen möchte. Ich bitte darum, mir die ehrlich in den Kommentaren zu beantworten, weil ich gerne wissen würde, was da los ist. Ich habe auch den Support schon angeschrieben, bis jetzt aber noch keine zufriedenstellende Antwort erhalten. Das sind so Geschichten, die interessieren mich halt, weil ich gerne wissen würde, was da los ist. Oder ob da überhaupt was los ist. Vielleicht bilde ich mir den ganzen Kram ja auch nur ein, das kann ja auch sein. Jedenfalls haben mich halt diverse Leute angeschrieben und ich nehme ja die Sorgen meiner Zuschauer ernst. Und deswegen würde ich halt gerne wissen, wie ihr das seht, ob das bei euch genauso ist. Die Sache ist ja, ich mache die Videos ja nicht, jedenfalls nicht 100% für mich. Ich meine, ich habe da Spaß dran, deswegen auch irgendwie für mich. Aber es ist halt hauptsächlich für euch, weil euch die Videos was bringen. Das ist der Hauptsinn dieses Kanals. Wenn die jetzt aber nicht in eurer Abo-Box auftauchen und ihr nicht wisst, dass ich Videos mache, ist das natürlich kacke. Und deswegen würde mich das halt brennend interessieren. Daher habe ich ein, zwei Fragen an euch. Und ohne da jetzt wirklich noch mehr drum herum zu reden, weil es schon fast drei Minuten dauert, jetzt mal eben ganz kurz vorne weg. Die erste Frage, habt ihr diese Videos gesehen? Also landen die tatsächlich bei euch in der Abo-Box? Das ist Teil 1, 2 und 3 des A319 Coachings. Und das letzte Video habe ich gestern hochgeladen. Das ist der Beautiful Excellent Weather Takeoff in Southampton. Wie gesagt, landen die bei euch in der Abo-Box, ist meine Frage. Die zweite Frage ist, wie seid ihr auf das Video gekommen? Seid ihr über die Abo-Box auf das Video gekommen oder darüber, dass ihr auf meinen Kanal gegangen seid und geguckt habt, habe ich was hochgeladen oder nicht? Es kann ja auch sein, dass ihr nicht benachrichtigt worden seid. Und dann heißt es, warte mal, der hat ja jetzt schon seit zwei Wochen kein Video mehr hochgeladen. Und dann, was ist da denn los? Da gucke ich mal nach und dann sehe ich, oh, warte mal, da sind ja neue Videos. Warum habe ich das denn nicht mitbekommen? Das kann ja auch sein. Und deswegen würde es mich halt sehr interessieren, wie seid ihr auf die Videos gekommen? Und die dritte Frage bezieht sich hauptsächlich darauf, auf die Werbung der Videos. Das ist nämlich noch ein Punkt. Der Kanal ist monetarisiert, ja, auch wenn ich damit nichts verdiene, aber er ist monetarisiert. Und es geht mir hauptsächlich darum, wann und wo Werbung ausgespielt wird. Die Sache ist nämlich, dass YouTube mir das nicht anzeigt. Und mich interessiert das deswegen, weil mich Anschriften erreicht haben, die gesagt haben, hör mal, mitten in der Mitte deines Videos ist Werbung, die nervt, macht die weg. Das Problem ist, ich habe überhaupt keinen Einfluss darauf, wann da wie Werbung geschaltet wird, was unter anderem auch damit zu tun hat, dass ich keine Werbung schalte. Es gibt Mindestwerbung. Wenn du den Kanal von YouTube monetarisieren lässt, dann gibt es Mindestwerbung. Die wird irgendwo im Video geschaltet. Das heißt, du kannst sagen, ja, monetarisieren. Und wenn du nur diese Einstellung wählst, hast du überhaupt keinen Einfluss darauf, wie die Werbung geschaltet wird. Es wird also irgendwo Werbung geschaltet. Zusätzlich dazu kannst du, wenn das Video über 10 Minuten lang ist, tatsächlich auch noch festlegen, wo Werbung geschaltet wird. Das mache ich nicht. Etwas derartiges gibt es auf meinem Kanal nicht und wird es auch nicht geben. Wenn ich es verhindern kann, dass Werbung in der Mitte von Videos erscheint, dann werde ich das verhindern. Ganz klare Sache. Das sind Tutorials, also Videos, die euch was bringen sollen. Das ist der Sinn dieser Videos. Und wenn da Werbung in der Mitte ist, dann ist das nicht nur ultra extrem nervig. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Sondern man kommt auch komplett aus dem Video-Flow raus. Es bringt einem überhaupt nichts. Man ist am Ende genervt und so weiter. Das ist definitiv nicht der Sinn dieser Videos. Nicht der Sinn dieses Kanals. Und vor allen Dingen ist es was, was ich überhaupt nicht möchte. Denn das bringt euch nichts und mir auch nichts. Denn dann guckt ihr die Videos nicht mehr und ich kann das Ganze gleich einstampfen. Um es mal ein bisschen übertrieben zu sagen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und da mich jetzt halt mehrere Anschriften erreicht haben, die sagen, ey, hör mal, das geht nicht so. Da ist Werbung in der Mitte, die nervt. Die kann man nicht überspringen. Oder das dauert irgendwie 5 Minuten. Und da ist man dann komplett aus dem Flow raus. Ja, das finde ich halt selber kacke. Weil ich mache halt extra keine Werbung in die Videos rein. Also wenn die Videos über 10 Minuten lang sind, das lasse ich selber komplett raus, eben damit sowas nicht passiert. Die Leute sollen was vom Video haben und nicht mittendrin Werbung gucken müssen. Das ist Unsinn. So, deswegen jetzt hier nochmal einmal zusammengefasst. Ich habe jetzt wirklich lange genug drum herum geredet. Die Fragen, die ich gerne von euch beantwortet hätte. Die erste Frage ist, landen meine Videos in eurer Abo-Box? Zweite Frage. Wie kommt ihr auf meine Videos? Also landen die bei euch in der Abo-Box und ihr klickt da drauf? Oder geht ihr auf meinen Kanal und guckt dann darauf? Oder werden euch die Videos sonst wie vorgeschlagen? Geht ihr dann darauf? Und die dritte Frage. Wie wird bei euch in den Videos Werbung ausgespielt? Oder wird bei euch überhaupt Videos Werbung ausgespielt? Das ist nämlich eine Geschichte, die ich als Kanalinhaber so nicht sehen kann. Bitte dabei beachten, das bezieht sich natürlich nur auf die letzten 2 bis 3 Wochen. Davor sind diese Beschwerden nie aufgetreten und davor ist mir auch nichts komisches aufgefallen. Und von daher ist das, was die Zeit angeht, irrelevant. Also bitte nur die letzten 2 bis 3 Wochen beachten. Und wie gesagt, kann natürlich sein, dass ich hier einen Hoax um alles mögliche mache, weil ich das selber nicht weiß. Vielleicht gehen die Leute auch lieber raus bei dem Wetter und gucken deshalb meine Videos nicht. Ich weiß es nicht, aber es würde mich halt einfach nur interessieren. Deswegen bitte ich um die Beantwortung dieser Fragen. Ansonsten entschuldige ich mich dafür, dass ich euch so lange zugetextet und genervt habe. Ich wünsche euch noch ein wundervolles Rest. Wochenende genießt das tolle Wetter. Es soll ja leider wieder schlecht werden. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.